hallo leute heute zeige ich euch ein ganz schönes tutorial wie ihr mehr fps bekommt auf eure playstation 4 also man bekommt zwar nicht 120 fps wie auf einer ps5 aber definitiv über 60 fps also ihr erreicht schon 80 bis 90 fps ich zeige euch jetzt wie das geht als allererstes müsst ihr in kreativen modus sein ihr dürft nicht in einer solo runde sein oder im lobby sondern ihr müsst in kreativen modus sein dann drückt ihr pause und drückt einstellungen also geht in die einstellungen dann sehe ich diese bildfrequenz anzeigen das drückt ihr dann auf an lässt ihr dann auf an und gehen dann auf bewegungsschärfe das macht ihr an dann geht ihr wieder raus aus den einstellungen baut ganz kurz einfach irgendwas so irgendwas was hektisch aussieht so ich kann zwar nicht krass editieren aber irgendwas hektiges so ein auf den dann drückt die widerstand einstellungen und macht dann bewegungsschärfe wieder ausschalten als stellt wieder aus dann baut ihr wieder was hektik ist also wieder das ausgemacht hat ganz schnell irgendwas bauen editieren keine ahnung irgendwas dann geht auf kreativ modus raus jetzt kommt das wichtigste teil das müsst ihr machen falls ihr das nicht macht wird es nicht funktionieren ihr müsst aus kreativ modus rausgehen und jetzt werde ich ganz kurz zu meiner handy kamera wechseln da ich kein alligator habe muss ich das kurz mit mein handy aufnehmen wie ich jetzt in den einstellungen gehe wenn ihr jetzt in den playstation menü seit geht jetzt zu einstellungen ganz hinten geht auf sound und bildschirm video einstellungen auflösung lässt dann 480 pixel damit das so aussieht und lässt dann schnell schnell wieder auf 1008 spiegel sofort gedürft nicht lange warten pixel geht schnell wieder ein fort und rein und so schnell eine solorunde so so wenn er dann in einer runde seit wartet kurz bis der bus startet so hektik wieder hektige bewegung dann drückt die schnitt pause also geht schnell pause einstellungen geht wieder bewegung schärfe an machen geht schnell wieder raus und dann rennt ihr zu eurer mutter und holt nach geld rum damit euch den scheiß pc kauft tschüss